Muriel Baumeister ist eine deutsch-österreichische Schauspielerin. Werdegang Muriel Baumeister stammt aus einer Schauspielerfamilie. Sie ist die Tochter des Schauspielers Edwin Noel Baumeister und der Tanzpädagogin Barbara Haselbach. Baumeister hat eine jüngere Halbschwester namens Peri, die ebenfalls Schauspielerin ist, und einen jüngeren Bruder. Bereits als Schülerin stand Baumeister vor der Fernsehkamera. Bekannt wurde sie als Bea Donner in der Familienserie Ein Haus in der Toskana, für die sie 1991 mit dem Telestar ausgezeichnet wurde. Ebenfalls für diese Rolle sowie für die Hauptrolle im Fernsehfilm Schuld war nur der Bossa Nova erhielt sie 1994 die Lillipalmer Gedächtniskamera der Goldenen Kamera als beste Nachwuchsdarstellerin. Nach der Matura am Musischen Gymnasium Salzburg begann sie zunächst ein Fachhochschulstudium der Sozialpädagogik, das sie abbrach, um ganz zur Schauspielerei zu wechseln. Neben wenigen Kinoauftritten ist sie vorwiegend in Fernsehfilmen und Serien aktiv. 1992 und 1993 trug eine durchgehende Rolle in der ZDF-Serie der Landarzt zu ihrer Popularität bei. In der ARD-Krimiserie Einsatz Hamburg Süd bildete sie von 1997 bis 1999 gemeinsam mit Meral Perrin das Ehrmittler-Duo. 2004 war Baumeister in das Bernstein-Amulett, 2005 in Eine Prinzessin zum Verlieben und 2008 in Der Besuch der alten Dame zu sehen. Des Weiteren spielte sie eine der Hauptrollen in der Fernsehserie bis in die Spitzen und hatte zahlreiche Gastauftritte in Reihen wie Derek, Tartort, Polizeiruf 110 oder das Traumschiff. 2009 spielte sie unter anderem in Faktor VIII Der Tag ist gekommen und Kreuzfahrt ins Glück mit. 2013 war sie als Bertha Drews in dem Dokudrama George an der Seite von Götz-George zu sehen. Privates bis 1998 war sie mit ihrem Schauspielkollegen Rainer Strecker verheiratet. Aus dieser Ehe stammt ein Sohn, der 1993 geboren wurde. Nachdem ihr Vater 2004 durch Suizid gestorben war, zog sich Baumeister vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurück. 2006 wurde ihre Tochter geboren, deren Vater der Schauspieler Pierre Besson ist. Am 30. Dezember 2014 wurde als drittes Kind eine Tochter geboren. Baumeister lebte einige Jahre in Hamburg. Inzwischen hat sie eine Wohnung in Berlin. 2016 verursachte Baumeister betrunken einen Unfall. Bei dem Vorfall, bei dem sich auch ihre Tochter mit im Auto befand, wurden bei ihr 1,45 Promille Alkohol im Blut festgestellt. Im Oktober 2017 begab sich Baumeister an der Charité in Berlin in einen kalten Entzug. Nach eigener Aussage ist sie heute trocken und weist dies durch monatliche Alkoholtests nach. Baumeister hat ihre Erfahrungen in ihrem Buch »Hinfallen ist keine Schande, nur liegen bleiben« verarbeitet.